Ich kenne das, dass man mit kleinen Kindern so spielt, man fasst einem kleinen Kind an die Nase und sagt, zack, hier habe ich deine Nase, schau mal. Das kann man in Lettland auch machen, allerdings muss man dazu wissen, dass es dieses Spiel nicht gibt, sondern eher, dass diese Geste so etwas ist, als wenn man in Deutschland den Mittelfinger zeigt. Und wenn man das dann mit einem kleinen Kind spielt und die Mutter steht daneben, dann holt man sich einen kleinen Anpfiff ab und eine Menge Unverständnis.